hallöchen ihr bei nausen da draußen und dabei ein herzliches willkommen zurück zu einer runde homeworld deserts of karak so erste mission hatten wir letztens in der letzten folge fertig das ist ja nur die einführung gewesen in dem sinne und ich bin überlegen ob ich die standard flotte die flotte beibehalten aber ich lasse erstmal aus weil ich nicht genau weiß was es heißt und wir starten die zweite mission bin ich mal gespannt der friedhof stößt man wie ich das jetzt gerade gelesen habe in der missionsbeschreibung wohl das erste mal gegen galasien galisien sowas ich denke mal das wird der der ki gegner sein aber das werden wir gleich herausfinden würde ich sagen wir haben erfolgreich in der open desert and are safe for now before leaving we receive this galasien transmission attention kithid of the north i am kagan of the kith galzium servent of the mighty khanzid for generations nationals you are violated you are violating the first commandment of our creator by entering into space you seek the stars you seek the stars now you invade our lands for the second time nationals you are a we can toleration we can汝 und der Sensor-Manager, um zusätzliche Ressourcen und Expedition Fahrzeugen bevor wir rausgehen und nach unseren Besuch. Der Schöne der Expedition, und vielleicht auch der Norden, nun auf uns. Boneyard Kontrolle, das ist Kapisi. Reaktion für die Überlegung. Copy Kapisi. Wir warten für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind bereit für die Aufmerksamkeit. Boneyard Absalon Lander 607 ist auf der Schraubung. Prämpf für die Aufmerksamkeit. 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 Möhring Module. Kontakt, Leasing Clamp. Sensors-Manager, Die Kapisys-Desert Refit ist in der Lage. Während das passiert, wir brauchen so viele Ressourcen wie möglich und reaktivieren die Reaktivierte Units, um unsere Flüte zu erzeugen. Die Intelligenz zeigt, dass die Galzien-Förste inbauen sind auf unserer Ort. Wir haben nicht lange bevor sie kommen. Du und der Support-Kruiser brauchen die Reaktivierte Units, um deine Reaktivitäten zu erzeugen. Koppeln die Intelligenz. Äh... Schreibe Orte. Äh, bbbbbbb. Der Sturm zu dem Süden ist in Intensität und hat unseren Weg geblieben. Reaktiviert. Auf zu diesem Punkt. Wo ist denn die... Die Ische? Ah, da. Kommen wir da hin. So, wir sollen die Einheiten... ...reparieren. Die vier Stück hier. Und dann schauen wir mal. Jaja, komm, mach. Gott, ich nicht zu viel mach. Das dauert. Dauert. Okay, time to roll. Armor online. We just received a transmission from Northern Command. They have confirmed that multiple coalition bases have fallen, including Delta, Juno, and Assault. Hier, ist unter Siege. Es scheint, dass die Zidim Carrier, die Sakala, also managed to escape. Wir werden mit ihr mit ihr und weitergehen mit der Expedition an alle Kosten. Dann werde ich ja wohl schaffen, wa? … … … … … … … … Ja ja. Ja toll mal weiter da. Freunde. Könnt ihr die mal abknallen? Was ist denn da los? Dankeschön. Freundliche Interceptoren übernommen. Checkt ihr Feuer. Kurser bereit. Rennere Kopien. Kurser lebt. C.U. Field depleted. Rohstoffquelle erschöpft. Aha. Oh. Inbound friendly contacts detected. Possible survivors from Epsilon or nearby bases. See you. I hope they make it. We're gonna need all the help we can get. Acknowledged. Hostile light attack vehicle visually authenticated. Armor vehicle taking effective fire. Allied armor assault vehicles entering your area. Taking hits. We need immediate assistance. Be advised. Allied armored assault vehicles are deploying smoke screens to break enemy line up sight. Strikecraft destroyed. Okay. Hop ready. New heading set. Hinder. Aber zz. Haben wir noch irgendwo Zeug hier zum einsammeln? Wow. Toil sind die 100. Bauen wir 5. We're clear. Transferring to your control. It's over. Allied units acquired. The more we save, the stronger we'll be as we enter the desert. Gelsian heavy railgun spotted. It will have difficulty targeting our units at short range. Our LAV's inherent speed and quick boost ability will allow them to close on enemy units quickly. Use this to gain the advantage. A second flight of friendly interceptors is passing through. Keep your crosshairs low. Warning. Stormfront arrival in approximately 7 minutes. Aha. Light attack vehicle in service. We read you. Copy. Moving. Strike responding. Hostile light attack vehicle detected. Ich fahre jetzt wo muss ich denn hin hier? Huh. Strike craft taking effective fire. Okay. Full speed. Ready. Reading. We need to improve unit combat performance. Access engineering to select upgrades. Light attack new upgrade options to improve our light attack vehicles are currently available. Recommend improving unit survivability by investing in engineering upgrades. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. We need to hit our next flight. Set new heading. Proximity warning in effect. Hostile designated. That sand storm is closing on us fast. Five minutes until stormfront impact. を? Hostile Rangecraft destroyed. Light Attack Vehicle is under fire. Hostile Strikecraft down. Alert. Light Attack Vehicle destroyed. Knoll ab der Lottpack. So Leute. Da kommt noch einer. Mehr... Zurück. Komm. Gib mal Gas da. Das ist der Kapitel. Das ist der Kapitel. Armorer, weiter. Die Jet Salvage Depot. Allied Light Patrol Group. Wir sind inbauen. Galthian Sandgamer in Furcht. Reckere sofort Unterstützung. Strikecraft. Order die Allied Light Attack Vehicles um ihre Quick Boost Ability zu entfernen den Galthianen. Receben. Move it. Overdrive, punch it. Haben da. Go, go. Ball aber ab dort gesindelt. Sehr gut. Du kannst mal den hier reparieren. Du kannst mal den hier reparieren. Das muss ich ja machen. Hilfe überleben, ne? Mach ich doch. So. Operieren wir hier. Bitte. Hostile Light Attack Vehicle Detected. Hostile Detected. Hostile Detected. Visual unconfirmed. Boneyard Capacity. Allied Armorer Group on Approach. We're under fire and need immediate support. Okay. Hostile Railguns have opened up. On our way. Light Attack Vehicle is under fire. Sir, hit it. Full speed. Komm mal dahin. So, mach die mal lang. Die mach mal bitte smoking. So, mach die mal lang. Die mach mal bitte smoking. Rating. Move order confirmed. Sehr gut. Verteidigung. Kapisi. Kriegen wir da gehen? We gotta go. Ach so, die geht nach oben hin. So. Alter. We're in the field. Come on zurück. Kapisi is ready for immediate egress. Ground units. Eliminate remaining Gaussian forces and prepare for departure. Unidentified contact. Death Stormfront arrival in one minute. All crews. Prepare the Kapisi to move out. Coordinates confirm. In the. Roger that. We're in place over there. Strikecraft destroyed. Hostiles designated. Trackers assigned. Ready for command. Support ready. Light attack vehicle in service. Strikecraft taking a effective camera. Target sensors post. Many Thunderfire. We're locked down and ready. Breeding. Alert. LAB down. Fire on the move. Target locked. Enemy Railgun firing on French. Overdrive. Punch it. Go for orders. Push through. Alert center for fire. We got to go. Armor ready. New heading set. So. Hostile light attack vehicle visually authenticated. Receiving. Move order confirmed. Hammering. Get over. Hostile light attack vehicle visually authenticated. Receiving. Move order confirmed. Hammering. Hostile strike craft down. Hammering. Hammering. Get over. Hostile strike craft down. Get over. 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 Immanent. All right. Bring engines to full and move out. Wind speed in excess of 300 km per hour. Copy that. Engaging full shutters. Expect impact on my mark. In 3, 2, 1, mark. It's good. I'm going to go to the next level, intelligence officer Nathan Seget. Expedition carrier Capici. Our refit is mostly complete. We're now headed for open desert. Several coalition units were able to link up with us and have joined our ranks. To the north, Galcian forces are laying siege to our homes. There's no going back. The expedition must carry on. It's hard to believe. It's been four years since our satellites detected the Jiraki object. That massive anomaly deep in the uncharted desert. Its energy readings rivaling our planets sun. Rachel thinks it could be the source of the new Galcian technology. Only time will tell. Sehr schön. Dann würde ich sagen, zweite Mission ist erledigt. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da an, sonst würde einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Homeworld. Desserts auf Karak. Tschüssingen. Technologie Musik Wann